Joooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Yo Leute was geht dat? Wir kommen zu einem neuen Video und Freunde heute haben wir ein paar Gäste Ja danke, alles klar FaxenTV am besten, ich stell euch mal kurz selber vor Ich bin der kleine Reicht jetzt auch Und Freunde wir lauchen uns Wir machen heute ein FIFA Match SKK versus FaxenTV Wir haben auch immer noch ein Video auf FaxenTVs Video Unbedingt abschicken Warte ich hab doch nicht mal gesagt, aber ja Gott Wir haben auf jeden Fall noch ein Video auf Wachsendtipp aus Kanal gedreht, unbedingt abchecken Freunde, bis sich los geht. Erster Link in der View. Erster Link in der Beschreibung. Seid ihr bereit? Ja, dann würde ich sagen, let's go! So Freunde, wir sind jetzt hier am Ort des Geschehens. Hey Michi, haben wir heute die Kommentatoren dabei? Auf jeden Fall. Wer sind denn Kommentatoren? Ja, ich würde mal sagen, wir schreiben mal einfach rüber ins Studio, oder? Okay. Schreiben wir uns rüber ins Studio! Ey Jungs, könnt ihr mich hören im Studio? Jungs! Jungs! Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren! Heute mal wieder hier aus der Allianz Arena! Manni, was erwartest du heute vom Spiel? Auf jeden Fall treten zwei große Konkurrenten an. Einmal SKK und auf der anderen Seite, äh... Wie heißt die noch? Äh... Äh, Foxenkanal! Foxenkanal! Wir schalten direkt ins Stadion und sind wirklich gespannt! Bis später! Jo Leute! Danke an unsere Kommentatoren und ich würde sagen... Fangen wir direkt an, oder? Ja! Go! Kannst du mal deine Pornos ausmachen, Digga? Das läuft, Bruder! Mach aus, wir sind ja... Mach auf, Junge! Wir sind hier am Arbeiten, Mann! Manni, wir sind hier am Arbeiten, was soll denn das? Jetzt ist jetzt nicht die Zeit für Pornos! Mach die Schnauze nicht! Mach die Scheiß aus! Junge! Mach aus! Halt die Schnauze, Junge! Ich kann mich so nicht... Ich kann mich so nicht... Halt die Schnauze, Junge! Au, au, au! Ey! Hör auf! Ich denkst du den Kürzen regeln! Es reicht! So, Freunde! Let's go! So, das Spiel ist eröffnet! Wir sehen jetzt zwei klasse Mannschaften! Einmal auf der linken Seite Barcelona und auf der rechten Seite sehen wir die... FC Münchner aus Bayern! Das Spiel! So mach ich es! Von Anfang an pure Spannung! Kota! Au! 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 Naiv! Direkt! Die ersten fünf Minuten und schon direkte Abspannung! Leverotti! Au! Au! Neymar! 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 Au! Goal! 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 So, jetzt steht es 1-0! Hey! Hey! Schicke! Schicke! Hör auf! Schicke! Schicke! Freistoß für FC Bayern! Schuss! Voll! Goal! Was sagst du eigentlich zu dieser aggressiven Lage hinter dem Stadion? Zwischen SKK und Burak und Ayran? Burak, äh, ja, also... Ist wirklich sehr aggressiv? Der Burak, ich glaub der gute, der nimmt Steroide, der hat seinen... Hab ich auch gehört! Deswegen hat er sich nicht ganz unter Kontrolle. Ja, und der Ayran, ich weiß nicht, was mit dem heute los ist, Alter. Ich glaub, er vermisst seinen Partner Döner. Na, kann gut sein. Ayran und Döner. So, Lewandowski! Lewandowski! Links! Nein! Barcelona rettet das Ganze! Schieß! 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 Schuss! Mann! Was ist das denn?! Manni, wusstest du, dass Lionel Messi früher eine Ausbildung hatte als Priseur? Ne! Doch! Was hat der denn für einen Abschluss? Ja Manni, weiß ich jetzt nicht, aber ich hab mich halt nur so weit informiert, der hat die Lehre abgebrochen nach 1,5 Jahren. Der war doch zusammen mit Farid Becker auf der Hauptschule, oder nicht? Messi ist konzentriert. Messi, 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 Messi. Oh, oh. Messi! Manni! Der letzte Angriff, denk ich mal, für diese Halbzeit hier. Ja, mach doch! Messi! 1-1! Oh! Hört mal ruhig, Alter! Grandiose Leistung! Ey, hör! Hey! Was kriegst du das? Oh, Manni! Von Highlight steht's 1-0 für uns. Oh, ich würd sagen, wir schalten mal rüber ins... Oh, Manni, immer wenn du bei mir bist, machst du ja alles dreckig, Mann. Was soll denn das? Ich bin dreckig. Häh! 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 So, Leute, wir haben jetzt wirklich eine spannende erste Halbzeit gewonnen. Ich hör grad. Wer wird grad interviewt? Äh... Das ist Daniel Alves. Daniel Alves. Wir schalten zurück. Ja, ja. Wie heißt der? Jafar! Nein, nein, wie ist der? Hansa! Nein, 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 wie ist der? Jafar! Oh, nein! Ich hab ne neue Nummer, ne neue Nummer! Halt die Presse, Mann! Ich hab ne Nigel, Nagel, neue Nummer! Ich hab ne ne... Halt die Presse! Ja, ja! Schalten wir rüber zu Norbert Herrmann! Häh! Häh! So, jetzt befinden wir uns in der Toilettenkabine bei Daniel Alves. Daniel Alves, wie fahren Sie die erste Halbzeit? Okay, ich Kann man nicht makmeln Ruhe bissen, Mann? Danke, danke! Danke, Alves! Wir schauen wieder zurück ins Studio! ぞ You get to know me, let me say sorry. Cause I'm... There's someone with us on your body. Say sorry now. Ali, hast du Akku von links? Ey, Jungs, was... Schaltet wieder mal zurück ins Stadion. So, zweiter Halbzeit, seid ihr bereit? Ja, aber jetzt wird's auch gut. Jetzt, jetzt, du Idiot! Achseid, 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 achseid. Was mach ich mal an? Ja, 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 das! Also, Bessi, Bessi, Bessi! Und... Ja! 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 Goal, 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 goal! Ah, Manni, so ein schönes Tor habe ich lange nicht mehr gesehen, Manni. Frank, ja? Wusstest du eigentlich, dass Vidal, bevor er bei FC Bayern spielen wollte, eigentlich Physiklehrer werden wollte? Ach, Quatsch. Doch wirklich jetzt? Fass mich. Doch! Er hat sich den Stromkreis aufgebaut, wollte direkt Lehrer werden. Schiech! Direkt Physik? Oh, oh, oh! 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 Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Was soll ich denn sagen? Sacker, du hast verkackt. Ich breche es dir ab. Ich kündige Manni. Mit dir arbeite ich nie wieder zusammen. Tschüss. Oh, nein! So, Leute, jetzt bin ich alleine. Junge, ich bin alleine eh besser. Oh! Was geht's? Oh! Alter, die auf! Come on! Zweiß, weiß, gewonnen! Die Kommentator ist noch zu mir. Ich habe jetzt die Seiten gewechselt. Ich habe meinen Job gekündigt als Kommentator. Warum? Ich habe keinen Bock mehr, mit Manni zu arbeiten. Scheiß Kollege hier! Manni! Wir schalten einfach mal wieder rüber ins Studio, oder? So, wir kommen wieder zurück ins Studio. Warum gehe ich eigentlich? Ver pisst du dich einfach? So, Manni hat den König und nicht ich. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten ein spannendes Spiel. Die Partie ging 2 zu 1 aus für den FC Barcelona. Damit würde ich sagen, Team SKK hat gewonnen. Damit sagen wir, Jacob. Mann Manni, ver pisst dich! Damit würde ich sagen, schalke ich nochmal zurück ins Stadion. Jo, Freunde, aber wir lassen natürlich unsere Verlierer nicht einfach so weggehen So, Freunde, das ist auch mit dem Video Leider ist es nicht mehr zu einer Bestrafung gekommen, weil sich der Zustand von Bura sehr verschlechtert hat Und er daraufhin nach Hause musste Aber nicht so schlimm, Freunde, beim nächsten Mal wird er uns nicht davon kommen Und dann bekommt er auch safe seine Bestrafung, wenn er verliert Und Freunde, sehr wichtig, wir haben noch ein weiteres Video auf deren Kanal gedreht Richtig geil, erster Link in der Beschreibung, Freunde, unbedingt reinziehen Und ansonsten würde ich sagen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat Abo da lassen und dann würde ich sagen, haut rein Ciao